Hey Leute, ich bin's wieder, die Angie. Ich wollte nur sagen, dass es demnächst mehr Videos gibt von mir, von meinen Freunden, von meinem Schatzi, weil ich seit kurzem vergeben bin und ich wollte noch was sagen. Ich mach ne Party auf meinem Hinterhof, auf meinem Hinterhof, ist heute die Hölle los, die Ghettoatmosphäre, sie lässt die Luft brennen. Heute wird gefeiert, heute ist nix mit rumhängen, dein ganzer Block steht leer, wo sind alle hin, wo ist deine Nachbarin, wo sind deine Frau und Kind. Find es raus, kommt vorbei, sogar die Polizei tanzt auf dem Streitwagen, alle sind dabei, die Bodybuilder aus dem Fitnessstudio, hüpfen zu dem Beat, so wie ein Känguru, 150 Kilo, pure Muskelmasse, 150, geile Weiber auf der Tanzfläche, jeder weiß, wo er heute zu sein hat, alle sind gut drauf, keine Feindschaft, kein dummer. Müsst uns Tokio Hotel Fans fertig machen, das packt ihr eh nicht, also hört doch einfach auf, ihr seid eh nur neidisch auf Tokio Hotel. Und wenn ihr meint, ihr müsstet uns fertig machen, machen wir mal euch richtig fertig. Und wenn ihr meint, ihr müsstet uns fertig machen, machen wir mal euch richtig fertig, ja? Also halt lieber euren Maul. Also halt lieber euren Maul. Vor allem wenn ihr Tokio Hotel beleidigt, ja? Bei uns in der Schule werden wir manchmal auch dumm angemacht, weil wir Tokio Hotel Fans sind. Und was mache ich? Das ist scheiß drauf, das ist mir scheißegal. Weil außerdem, ey, ich bin Tokio Hotel Fan, ja? Und ich stehe dazu. Und wenn ihr meint, ihr müsstet uns dumm anmachen, machen wir euch auch dumm an. Also lasst es und wir lassen euch. Habt ihr es verstanden? Okay. Okay. This is the end Somewhere This is the end Somewhere There's a hole in the end There's a hole in the end The halo of my friends I'm out There's a hole in the end Somewhere There's a hole in the end There's a hole in the end Untertitelung des ZDF, 2020